Hallo und herzlich willkommen hier auf Gaming Paradise zur nächsten Folge von Lego City Undercover. Ja Leute, wir versuchen dann heute mal die Flughafen abzuschließen, so viel ist nämlich nichts mehr zu tun. Aber es ist halt doch noch ein bisschen was. Es sind noch einige Kostüme übrig, ein paar Fahrzeuge. So, aber ich bin ganz zuversichtlich. Hier und da hinten ist der Zeitlauf, das wissen wir eher inzwischen. Wir wissen aber auch, dass wir nicht an den Zeitlauf drankommen. Ich vermute, wie gesagt, dass da einfach wieder irgendeine Kleinigkeit fehlt. Sehr interessant. Das waren die, die schon mal fertig sind. Ich sehe auch mal interessant zu wissen. Aber wo könnte der Rest sein? Die Folge fängt schon mal nicht so gut an. Meiner Meinung nach jetzt. Ich weiß nicht, ob wir da oben irgendwas reißen können. Okay, eigentlich auch zu bezweifeln. Da ist auch nichts mehr, da waren wir auch schon mal drauf. Da ist auch nichts mehr, da waren wir auch schon mal drauf. Das ist äußerst seltsam. Es fehlt noch der Zeitlauf, ist klar. Zwei Superbauten. Ein Feuer. Und eine Blume. Zwei Superbauten. Die, die wir eigentlich auch schon mal gesehen haben, aber wie ihr wisst, konnten wir die beim letzten Mal einfach nicht machen. Geh doch da jetzt mal hoch. Na, suchen wir mal weiter. Wobei, ich weiß nur noch eine andere Sache. Vielleicht funktioniert die ja. Und zwar da. Müsste es ganz oben was geben. Ich weiß nicht, ob ich das nicht ganz weit schon in Erinnerung habe. War das nicht das, wo ich mich blöde vergilpscht habe? Oder war das das vom letzten Mal mit dem, mit der Bande? Ich finde hier oben. Ich glaube, das war nämlich das. Was hier oben die Bande war. Okay. Die ganzen Sachen sind echt ein bisschen tricky. Finde ich jetzt gerade zumindest so. 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 Wenn wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Hier ist auch nicht viel los, wie sieht es von einem Flughafen aus, was wir hier so ungefähr. Ich würde nur stimmt sagen, hier ist nichts. Moment, nicht so viel. War das das, was ich schon mal hatte, was ich nicht umfärmen musste? Anscheinend ja, weil irgendwie... Oder habe ich die echt nicht an? Hä? So. Doch, wäre sie. Das heißt denn für mich, da ist nichts. Junge, Junge. Schauen wir uns mal auf Autobahn rum. So. Ich hoffe einfach mal, da ist nicht wirklich was. Ja. 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 Wie ihr seht, seht ihr nichts. Ja. 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 Ja ja. schon so ein bisschen das gebiet einfach gefühlt hier nicht reinpasst das jetzt flughafen oder nicht ich bin dann doch doch nur heute eindeutig zum flughafen verdächtig absolut verdächtig dass hier noch flughafengebiet ist wenn hier nichts ist das ist nicht mehr flughafen hier könnte auch noch so einiges versteckt sein das blumenbeet zum beispiel ja das hier ich ahne was ich ahne was das ist ja blöd das ist ja wieder ein anderes gebiet da kommt er runter das ist ja diese unwichtig das heißt uns fehlt nur noch also nur noch ein gebäude ein feuer und das zeitdinger ja klar also ich hab schon angefangen supersteine zu sammeln so so irgendwie nicht so toll hä ja das ist das ist ja das ist 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 ich mich mal hier wieder umschallen wird hier irgendwas noch zu finden geben wenn es kostüme sind gerade wichtiger werden schauen wir noch mal nach vielleicht ist es ja endlich da ich könnte mir aber nicht vorstellen warum genau so ist es auch ich will mal kurz leute das war so klar geht gleich weiter das ist eigentlich schon bunt ist ein bisschen bewirrend ja ja Achso, da fehlt auch Strom drauf. Hier in der Nähe müssten wir irgendwo... Ah, Moment, finde ich das wenigstens ja, weil... Das war eher unnötig, das Ding. Ah, da haben wir es für uns mal gebaut. Hier gibt es nichts. Und hier so. Hier habe ich links gesehen. Super nett. Ich habe es wieder einmal am Kreis gelaufen. Hier gibt es doch auch nichts. Nix. I would get things, mal wieder ein Kostüm. Okay, das gibt es vorne. Wir gehen aber so langsam die Ideen aus, Leute. Oh, dein Kostüm wissen wir ja immer noch. Vielleicht holen wir uns das mal als nächstes. Oh. 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 Daraus noch einmal umschauen. Das verstehe ich immer noch nicht. Ob das eine Art Hinweis darstellen soll. Jetzt fahren wir den Superstein noch. Gut, haben wir das nächste Kostüm gefunden? Geht der jetzt doch nochmal aufwärts oder wie sehe ich das? Okay, hier ist auch Dingsbums. Flughafen. Dingsbums. Ich hab Dingsbums im Kopf. Ich würde mal sagen... Zumindest teilweise. Ah doch. Direkt nebeneinander. Dann müssen wir mal wieder... ...lose Erfolgsruhen. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden. Wenn man dahinter kommt. Leider brauchen wir die ja jetzt wirklich. Mal wieder. Mehr, oder? Ja. Okay. Jetzt müssen wir nur noch schauen. Okay. Kriegen wir das tatsächlich noch hin? Aber den Rest werde ich dann Dingsbums machen müssen. Äh... Ja, es ist äh... Raussuchen. Ich hab echt keinen Plan. Ja, zwei Kostüme, ein Auto. Wo ich auch schon weiß, wo das herkriegen. Und eben noch einen Superbau. Ganz kurz was nachschauen, Leute. Wie gesagt, ich werde dann jetzt einen kleinen Cut machen. Und dann schauen, dass ich die Teile finde, die wir brauchen. Ich sag aber hier schon mal, äh... Ähm... Dass ich euch einen schönen Abend wieder Folge wünsche. Ähm... Ja. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und äh... Jut... So blind muss man erstmal sein. Ja. 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 Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt den Zeitlauf hinkriegen dürften. Beziehungsweise, dass der jetzt fertig sein müsste. Haben wir jetzt eigentlich alles gemacht. Schauen wir mal. Bei meinem Glück finde ich den sowieso nicht mehr. Na gut, gefunden habe ich ihn schon mal. Ja. Jetzt müsste dann noch ein Auto stehen. Wird sich nicht um den Flieger da gehen. Ja. Aber das Problem war tatsächlich, dass man einfach die Rampe braucht. Oder brauchen wird. Gehe ich jetzt mal von aus. Das war ja auch bei ähm... Fresswooders Rätsel durch Lösung. Genau. Seht ihr? Wir werden sonst nie hier oben bekommen. Ops. Sorry. Ops. So hätte man das Bestimmt auch bekommen. So hätte man das Bestimmt auch bekommen. Deswegen musste das Tor jetzt fest sein. War auch ein Grund. Hier haben wir dann das nächste Telefon. Was zu einem Kostüm führt. Der, welches wir da draußen ist. Gut, das hole ich euch noch eben. Bisschen blöd, dass das jetzt ausgerechnet da ganz draußen ist. Genau so kriegen wir den Park ein bisschen gefüllt. Ne, da wird's nicht sein. Und da unter der Brücke. Da ist es irgendwo aufgetaucht. Hier nicht. Dann da hinten. Da ist es auch schon.